Abfall wird abgeholt. Hauskericht, Papier und Garton sowie Grüngut werden in der Stadt Bern von der Kirchtabfuhr abgeholt. Hauskericht wird jeweils zweimal in der Woche abgeholt, der Grüngutcontainer wird einmal in der Woche geleert, Papier und Karton werden jeden zweiten Mittwoch abgeholt. Der Tag der Abholung ist je nach Quartier unterschiedlich, die genauen Daten stehen im Entsorgungskalender. Es gibt ebenfalls ein Entsorgungs-ABC, das genau erklärt, wie und wo etwas entsorgt wird. Hauskericht Was darf im Hauskericht entsorgt werden? Brennbare Abfälle wie Windeln, Plastikverpackungen, Waschmittelbehälter etc., sowie brennbares Kleinsperrgut, z.B. Besen oder Kleinmöbel. Das Kleinsperrgut darf nicht grösser sein als 50 x 50 x 100 cm. Was darf nicht im Hauskericht entsorgt werden? Spritzen, Metall, Glas, Spiegel, Steingut, Elektrogeräte, Chemikalien, Batterien, Spraydosen, Sonderabfälle, Toner und Flüssigkeiten. Wann? An den Tagen der Hauskerichtabfuhr, also zweimal in der Woche. Siehe Entsorgungskalender. Die Bereitstellungszeiten sind für die Kreise A und B um 7 Uhr morgens. Den Hauskericht darf man maximal 12 Stunden vorher hinausstellen. Für den Kreis C ist es 9 Uhr morgens, maximal 3 Stunden vorher. Wie und wo? Am Strassentrotterrand oder am Bereitstellungsort. Hauskericht in blauen Gebührensäcken bereitstellen. Wo ein Container vorhanden ist, können die Gebührensäcke im Container gesammelt und bereitgestellt werden. Hauskericht muss in den blauen Gebührensäcken bereitgestellt werden. Die Gebührensäcke sind im Detailhandel erhältlich. Brennbares Kleinsperrgut muss, wenn man es auf die Strasse stellen will, eine Kleinsperrgutmarke aufgeklebt haben. Diese ist ebenfalls im Detailhandel erhältlich. Kosten der Kerichtsäcke sehen Sie als nächstes in einer Übersicht. Papier und Karton Was darf im Papier und Karton entsorgt werden? Papier und Karton wie Zeitungen, Bücher, Couvert, Drucksachen, unbeschichteter Karton, Eier-, Gemüse- und Früchte-Karton, Papiersäcke, Prospekte ohne Kunststoffhülle. Was darf nicht in Papier und Karton entsorgt werden? Alles, was plastifiziert ist, also Ordner, Blumenpapier, Durchschreibepapier, Etiketten, Plastifiziertes oder beschichtetes Papier, Pergament oder pergamentähnliches Papier, und auch Getränkekarton, zum Beispiel Milchkarton oder Säftekartons. Auch verschmutztes Papier. All dies gehört in den Hauskericht. Wann? An den Tagen der Papierabfuhr, also jeden zweiten Mittwoch. Siehe diesbezüglich Entsorgungskalender. Wie und wo? Papier und Karton, unverschmutzt und ohne Fremdstoffe, fest mit Schnur gebündelt, am Strassen-, Trottoirrand oder am Bereitstellungsort deponieren. Kartonschachteln zerlegen und flachdrücken. Verwenden Sie für die Bereitstellung, wenn immer möglich, Container. Papier und Karton wird lose im Container entsorgt. Er muss nicht gebündelt werden. Grüngut Was gehört ins Grüngut? Küchenabfälle zum Beispiel, das heisst Rüstabfall, Kaffeesatz und Teekraut, sowie Eierschalen. Zudem Speisereste, gekocht oder ungekocht, Obst, Gemüse und Salat, Fleisch und Fischabfälle, Brot und Gebäck, Käse, Eier, Kochfett, Soßen und Suppen. Auch pflanzlicher Gartenabfall kommt ins Grüngut. Das heisst Rasen- und Wiesenschnitt, Strauch- und Baumschnitt bis ca. 10 cm Dicke, Stauden von Blumen und Gemüse, Laub, Unkraut und Fallobst, wie auch Balkon- und Topfpflanzen. Anderer Abfall ist auch möglich, z.B. kleine Mengen von Kleintiermist, allerdings von pflanzenfressenden Tieren. Was gehört nicht ins Grüngut? Plastiksäcke, kompostierbare Werkstoffe, z.B. Geschirr, Verpackungen und Füllmaterial, Säcke und Verpackungen aus Papier, verpackte Lebensmittel, Tee- und Kaffeekapseln aus Aluminium oder Kunststoff, Altholz, behandelt oder unbehandelt, Asche-, Zigarettenstummel- und Aschenbecherinhalt, Staubsaugerbeutel, Katzen- und Hundekot, Abfall, der ansteckbar sein könnte wie Binden und Tampons, Windeln und Verbandsmaterial, sowie jeglicher nicht-biogener Abfall, wie z.B. Katzenstreu, Glas, Metall, Sand, Kies und Steine. Auch Küchen- und Rüstabfälle sowie Speisereste aus Gewerbebetrieben gehören nicht ins Grüngut. Wann? An den Tagen der Grünabfuhr, d.h. einmal in der Woche. Dazu orientieren Sie sich bitte am Entsorgungskalender. Wie und wo? Die Grünabfuhr ist kostenpflichtig. Sie benötigt einen Grünkontainer. Dieser muss angemeldet werden. Nicht angemeldete Container werden nicht geleert. Der Kauf und die Anmeldung des Grüngutcontainers kann von der Hausverwaltung, aber auch von den Mieterinnen und Mietern getätigt werden. Die Jahresgebühr muss von derjenigen Person bezahlt werden, die den Container angemeldet hat. Die Jahresgebühr Die Jahresgebühr D